Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Sommerzeit, es ist Zeitgeist und Wunderlich Zeit und deswegen, wir haben uns schon eingegroovt in den absoluten Sommermodus, deswegen kommen wir auch zwei Tage später, ja kommst du heute, ich kommst du morgen, so sind wir in der Sommeredition. Mein Name ist Maximilian Konrad und ich bin hier mit dem Patros-Papst, dem Satsiki-Fürsten, Yannis Kykladis, hallo Yanni. Kalimera, Kalimera, mein lieber Freund, ich grüße dich ganz herzlich hier von den Kykladischen Inseln, gerade noch auf Paros, aber in wenigen Minuten, wenn wir diese Aufnahme beendet haben, werde ich mich aufschreien. Scheiß auf deinen Jetski. Ich werde einmal mit dem Motorroller rüber machen, nach Naxos, so ist der Plan, ja genau, ja insofern, du merkst es schon, ich bin ausgelassen und diese Lässe-Fair-Haltung hat jetzt genau, wie du es gesagt hast, mehr oder weniger auch dazu geführt, dass wir zwei Tage später aufzeichnen, denn, als wir am Sonntag aufzeichnen wollten, so mehr oder weniger mal wieder auf die letzte Sekunde, just in time, ist mir was aufgefallen, Kabelbruch. Ja, wirklich. Ein Kabelbruch. Ja, dieser Bohlen hat schon leicht Panik gekriegt, als er gehört hat, Kabelbruch, das kennt ihr ja, da dreht sich ja der Film, Dieter, der Film drum. Ist das so? Ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Geht es wirklich um einen Penisbruch? Ja, auch, der ist Teil davon, auf jeden Fall. Und wir nennen das ja nur noch den Kabelbruch. Also bei dir war es ein echtes Kabel, also bei dir ist wirklich das Kabel kaputt. Und dann bist du erstmal wirklich ins HiFi-Center Paros gegangen und hast gesagt, hier, ich brauche hier Update. Genau, hier, ich, ich habe erstmal die Podcast-Charts aufgemacht und habe gesagt, hier, hallo, in Kasachstan bin ich eine große Nummer. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Wissen Sie nicht, wer ich bin? Also so, hier, hallo, hast du auch so in Deutsch so, hey, hier, hallo, hier, I have a kaputte Mikrofon, hallo, the Kabel ist kaputt, so, weißt du es noch? Also ich habe mich mit Händen und Füßen, wie man so schön sagt, verständigt. Das Tolle ist, der HiFi-Center, ja, oder das HiFi-Center befindet sich Tür an Tür mit meiner Unterkunft. Also ich bin quasi aus der Unterkunft raus, ja, und rechts ins HiFi-Center Telekommunikazie rein und habe mir dann da das neue Kabel geklärt. Nein, man war sehr nett, ja, und klar, hat mich auch gut behandelt. Ich würde sagen, standesgemäß. Man hat mich gut behandelt. Ja, fünf Sterne gerne wieder. Ja, toll, das schreibe ich demnächst auch so unter einen Besuch beim Saturn oder beim Mediamarkt oder sowas. Man hat mich gut behandelt. Und ich bin ehrlich. Keine Schläge. Und ich bin ganz ehrlich, das passiert nicht allzu oft, dass ich aus einem Saturn rausgehen würde und würde sagen, man hat mich gut behandelt. Also in der Tat, da werde ich immer nur links liegen gelassen. Und wenn ich dort mal mit irgendjemandem sprechen will, dann heißt es immer nur, sorry, dafür ist der Kollege zuständig. Ja, wirklich, falsche Abteilung hier, ganz falsche Abteilung. Ich mache Babynahrung und Kompressionsstrümpfe. Also da sind sie hier bei mir. Ich habe aber da immer das Gefühl, das gehört so ein bisschen zum Prinzip. Also niemand ist für irgendwas zuständig. Heißt also, damit kann man ja auch immer ein bisschen die Verantwortung von sich halten. Heißt, man läuft da rüber, kommt da hin und die Person, die dann angeblich zuständig sein soll, ist auch wieder nicht zuständig und hat keine Ahnung. Und dann kommen so Sätze wie, naja, ich bin jetzt nicht zuständig, aber ich glaube, das könnte so oder so sein. Und dann, weiß ich nicht, wolltest du wie ich einfach nur ein Kabel kaufen und gehst mit zwei Fernsehern nach Hause. Ja, genau, richtig. So sieht es nämlich aus. Apropos so Kundenorientierung und Serviceorientierung. Ich hatte heute Morgen ein Erlebnis. Ich bin mit dem Auto gefahren und dann kam mir, und dann stand ich an einem Zebrastreifen. Und mir gegenüber auf der anderen Fahrbahn, stand ein Auto. Und folgende Personen waren an Bord. Und das ist jetzt ein kleines Rätsel für dich, sozusagen, wenn du mit Freunden im Auto sitzt. Also du hast einen Golden Retriever im Auto. Du hast einen, sag ich mal, 1,90 großen Freund im Auto. Und du selbst, sozusagen, als Gastgeber. Ja. Wie würdest du sagen, ist die Sitzverteilung? Also zwei Menschen, ein Hund an Bord. Wie würdest du die Person im Auto platzieren? Also man sollte ja eigentlich meinen, die Sitzverteilung wäre wie folgt. Die Person, also ich, am Steuer. Ja. Korrekt. So war es auch. Dann würde man denken, der Mensch auf dem Beifahrersitz und der Hund hinten auf der Rückbank, am besten noch in der Mitte, sodass er quasi so zwischen den beiden Sitzen hervorlupen kann. Aber die Art und Weise deiner Fragestellung impliziert, es war wahrscheinlich nicht so. Richtig. Ich hätte sogar vielleicht noch gedacht, der Hund vielleicht eher im Kofferraum. Aber gut, du bist da ja Tierfreund. Und hier hatte man sich aber überlegt, der Hund sitzt vorne, neben dem Märchen. Der Hund saß am Steuer. Ja, ja. Der Hund saß vorne und der Freund, der so 1,90 war, saß in diesem relativ kleinen Auto hinten. Und da habe ich auch gesagt, so Serviceorientierung, wenn man sagt, wer ist mir jetzt hier lieber? Der beste Freund des Menschen ist immer noch der Hund. Und das hat er ihm wahrscheinlich auch gesagt. Und hat gesagt, Martin, du bist zwar ein guter Freund, aber ab hinten auf die Hundebank. Der Freund, der Martin, hat so einen Knochen zwischen. Der Lasso muss vorne sitzen, dem wird es sonst immer schlecht. Der Lasso saß vorne, hatte so einen To-Go-Becher in der Hand. Und Arm raus, und Arm raus. Martin hinten hatte so einen Knochen zwischen den Beinen. Äh, zwischen den Kienen. Ja, das vielleicht auch. Aber Knochen zwischen den Beinen hatte er vielleicht auch. Weiß man nicht. Konnte man jetzt gleich sehen. Ja, das fand ich auf jeden Fall toll. Und, aber sei es drum. Ja. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch eine andere Frage zu deiner Reise, mein lieber Jan. Weil, wir haben ja darüber gesprochen, dass du jetzt nach Naxos fährst. Und ich hoffe, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr geht ja in das empfohlen Hotel von mir, ob ihr dort landet. Ich wollte, ich wollte, das Problem ist, wir reisen heute dort an, es war eine Nacht frei, von heute auf morgen. Wir wollen aber mindestens zwei Nächte bleiben. Nichts, nichts mehr zu haben dort. Jetzt mussten wir uns ein Hotel weiter einquartieren. Okay. Aber, wir können dort vorbeigehen natürlich, um die besagte Nachricht zu überbringen. Genau, und dann habe ich nämlich mit meiner Mutter, die ja vor Hunderten von Jahren da war, die hat erst mal schöne Grüße von ihr. Und dann hat sie nämlich auch gefragt, ja, was macht denn der Jan? Da habe ich gesagt, ja, der Jan macht gerade Inselhopping. Und ihre Reaktion darauf war, das gibt es noch, ist das nicht ein bisschen außer Mode? Ich so, keine Ahnung, scheinbar nicht. Ja, ich liebe 90er Jahre Urlaub. Ja, nee, das war eher so, ich sag mal, 60er Jahre. Also, ja, und das war die große Frage. Und die Frage, die sich daraus mir auch gestellt hat, ist, ist es noch ein Hot Topic? Ist es wirklich noch so, wie ich es damals erlebt habe, als ich so 13, 14 war, habe ich das ja auch mit meinen Eltern gemacht. Und dann war ja wirklich aufs Schiff drauf, alle drauf gestürmt. Ich sag mal, die Schiffe in einem Zustand, naja, das war auch eine Zeit, wo dann öfter mal so ein Ding auch mal untergegangen ist, wir erinnern uns dran. Und dann, danach war es dann so, wenn du vom Schiff runter bist, ja, das war mehr oder weniger, du wurdest von Leuten direkt belagert und mit so Flyern ins Gesicht geschlagen, hier, come to my hotel. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, da hat sich nichts geändert. Ja, toll. Da steht die Zeit mehr oder weniger still. Also, vielleicht mal kurz angefangen mit den Schiffen. Finde ich, ist relativ okay. Also, ich bin schlechter gereist schon. Ja, also, beispielsweise. Ich fange mit dem Flixbus nach Hall. Ja, genau. Und wenn ich mit dem Flixbus nach Hall gefahren bin, musste ich natürlich auch irgendwie über den Ärmelkanal kommen. Entweder unten drunter her mit dem Zug oder oben drüber, was meistens der Fall war. Und dann ist man mit einer Fähre gefahren und das war wirklich 70er, 80er Jahre Style, die Fähre. Leider war die aber auch in den 2010er Jahren noch in Betrieb. Sprich, das war wirklich, Anno dazu mal, ganz schlimm. Und da hatte man wirklich immer latent Angst, wenn dann vor Dover so ein paar Wellen aufbrandeten, wird sie es noch schaffen. Die alte Fähre. So, und hier muss ich sagen, das war völlig okay. Dann war es so, man wird kurz bevor man an dem jeweiligen Zielort ankommt, darauf vorbereitet. Dann heißt es schon hier, Passengers, get ready. Ja, wir sind jetzt hier gleich in Paros. Und dann ist man so unter Deck. Und da ist so eine Stimmung, da geht dann auch vorne diese Luke runter. Hat so ein bisschen was von D-Day, ne? Hat so ein bisschen was von Anfangsszene von der Soldat James Ryan. Ja, entweder das oder so ein Rave. Weil alle stieren so in eine Richtung. Einzelne Leute halten auch schon so das Handy hoch und filmen. Ja. Ja, da fehlt jetzt eigentlich nur der vormannende Bass. Und ich würde sagen... Ja, das macht ja auch die Schiffschraube, oder? Genau. Also ein bisschen so... Hört man von unten. Dann hört man natürlich so einen Piepston. Üp, üp, üp. Also ich würde sagen, viele Ingredients treffen natürlich nur auf dem Rave zu. Minimal ist dann... Sehr minimal. Also das ist wirklich radikal reduziert. So, und dann kommst du da wirklich an. Und da sind dann die Nepper und Schlepper und warten nur darauf, dich zu überzeugen. Also entweder von Taxis oder vor allem auch ein großes Thema Car-Rental. Car-Rental oder auch Roller-Rental. Und da habe ich ja auch zugeschlagen. Ja? Nicht, ja, also ich wurde jetzt quasi nicht von dem Flyer angelockt, sondern ich hatte einfach den Need. Und deswegen bin ich da jetzt mal so reingeschneit. Bei European Car-Rental. Da habe ich zugeschlagen. Und was hast du da gemietet? Ja, habe ich mir einen Roller gemietet. 50 cc. 50 cc. So, jetzt folgende Herausforderung. Du kannst keinen Roller fahren. Doch, kann ich. Habe ich auch schon in mehreren Thailand-Urlauben unter Beweis gestellt. Ja. Jetzt ist es nur so, ich verlege hier auch schon mal das eine oder andere Dokument. Kannst du vielleicht nachvollziehen. Ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen. Mir geht das jetzt schon länger so. Thema hier, Führerschein. Also der ist jetzt schon, sag ich mal, ich bin letztes Jahr im März umgezogen. Seitdem ist er verschwunden. Und das hat jetzt genau schon zweimal zu Problemen geführt. Einmal, als ich letztes Jahr im Urlaub einen Mietwagen leihen wollte. Aber da hat man dann auch eigentlich breitfällig darüber hinweggesehen. Da ist es an anderen Themen gescheitert am Ende. Und dann auch. Also der fehlende Führerschein, da hätte man noch drüber hinweggesehen. Aber was sind denn die Punkte, an denen es gescheitert ist? Kein Geld auf der Prefail-Kreditkarte. Können Sie nicht da auch drüber hinweggesehen. Und dann auch noch zum Problem geworden, Polizeikontrolle. Da war es aber so, da war ich zu schnell gefahren, wurde rausgewunken. Und dann hieß es ja immer, Fahrzeug und Führerschein, also Fahrzeugschein und Führerschein bitte. Da hatte ich jetzt beides nicht direkt dabei. Aber beim Führerschein hast du keine Mitführpflicht. Das ist gut, kann man nachreichen. Ist das so? Ja. Ja, okay, dann siehst du. Also Personalausweis, hier kurze Aufklärung, Personalausweis, Mitführpflicht, sonst Anzeige. Ah ja, okay, siehst du. Führerschein, Ausweispflicht, keine Mitführpflicht. Kannst du also sagen, habe ich nichts dabei, kriegen sie in vier Wochen von mir. Ah ja, siehst du. Und er tritt zurück, ich habe Bleifuß. Ja, die Polizistin war da auch relativ gechillt. Sie meinte nur, ah, beides nicht dabei? Naja, dann macht es trotzdem 30 Euro. Und sie meinte dann, bei dem einen oder anderen Kollegen, der wäre da vielleicht jetzt nicht so entspannt. Der hätte da noch einen Fuffi aufgerufen für den Führerschein. Ja, aber kannst du sagen, da hätten sie gesagt, dann rufe ich hier auch 50 auf. Genau, da zitiere ich doch hier meinen lieben Freund Maximilian Konrad, seines Zeichens auch Juristerei interessiert. Ja, richtig. Ja, richtig. So sieht es nämlich aus. Da gibt es nämlich, da gibt es keine Mitführpflicht. Naja, da jedenfalls war das auch ein Problem. Und jetzt bin ich da reingeschneit beim European Rental. Ja. Oder European Cars, oder wie du siehst. So, und dann war es dann so, meinte ich so, ja, Führerschein, jetzt nicht direkt dabei, aber ich habe ein Bild. Ja, da habe ich ein Bild gezeigt. Und dann war es so, ja, where is the original? Und dann habe ich gemeint so, ja, er liegt zu Hause. Und dann war die Antwort so, ja, okay, kein Problem, aber dann bitte langsam fahren. Langsam, langsam. Okay. Fand ich auch eine sehr adäquate Antwort zum Thema. Ja, und da ist mir aber direkt die Frage aufgekommen. Und da sind wir jetzt hier auch mitten im Thema eigentlich. Wie stehst du denn zum Thema A, Rollerfahren oder B, Motorradfahren? Bist du so ein Typ, der irgendwann in deinem Leben mal das Gefühl hatte, ich mache vielleicht auch einen Motorradführerschein? Ich bin einer, der sich hier auf so einer Harley sieht? Also, eine zweigeteilte Frage. Ich beantworte erst Teil 1, Rollerfahren. Großartig. Liebe Rollerfahren. In Düdo immer mit dem E-Roller unterwegs gewesen. Auf Bali. Ich bin richtig balinesisch Roller gefahren. Immer nur gucken, was vor einem passiert, hinter einem müssen sie sich selber drumherum machen. Was heißt das genau für dich, balinesisch Roller? Achso, okay. Also, ganz, ganz Klassiko. Wir hatten gerade eine kleine Verzügerung. Aber, ja, ich bin wieder da. Und, genau, also, Rollerfahren, toll, 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 toll. Irgendwann kaufe ich mir auch nochmal einen, so einen E-Roller. So, da lege ich nochmal Geld für auf den Tisch. Da kaufe ich mir so ein Ding. Motorradfahren habe ich immer mal wieder so den Gedanken, ach, so einen, die nennt man ja so Coffee Racer. So diese, so ein bisschen Retro Bikes so. Das hätte ich, da hätte ich schon Lust drauf. Also, ich bin jetzt nicht einer von der Sorte, ich muss jetzt hier schnell fahren und so. Sondern so, auch Harley wäre vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Das sieht so ungemütlich aus. Aber so ein kleines Motorrad. Hätte ich Lust drauf, wird mir aber komplett aus dem familiären Umfeld verboten. Ein Motorrad. Also, ich habe keinen Motorradführerschein, aber auch das, man sagt mir, ich wäre da zu ungewissenhaft und zu draufgängerisch. Und deswegen wird mir ein Motorradführerschein verboten von mehreren Stellen. Und ich sage mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie drunter leide oder traurig bin. Es passt schon. Aber das hätte ich auch geil. Einfach, wenn du, wenn du nochmal so eine andere Personality entwickeln solltest in deinem Leben. Ganz auf Energie. So ein ganz rationaler Typ wirst du auf einmal, trägst nur noch so eine Nickelbrille und trägst ganz hochgeschlossene Hemden. Fährst dafür aber dann Motorrad. Verstehst du? Ja. Weil dann kommt irgendwann vielleicht dein familiäres Umfeld. dadurch, dass du deine Personality so sehr geändert hast zum Schluss, okay, jetzt bist du rational genug, um den Motorradführerschein zu machen. Ja, jetzt bist du so langweilig, fahr mal Motorrad, du wirst so uncool. Das ist so. Genau. Ja, möglich ist das, möglich ist das. To spice up your personality. Ja. Ich habe wiederum Leute in meinem nicht familiären, aber zumindest Freundesumfeld, ganz liebe Grüße an Jürgen an der Stelle. Die haben mal, also Jürgen hat mal einen Motorradführerschein gemacht, weil er glaube ich dachte, er ist jetzt so der Typ, der einen Motorradführerschein macht. Ich habe aber danach kein einziges Mal Motorrad gefahren, weil er dann, als er den Führerschein hatte, gemerkt hat, er ist doch schon ziemlich gefährlich. Ja, okay. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Aber das finde ich irgendwie eine gute zeitliche Abfolge, weißt du? Ich mache erst mal den Führerschein, um dann zu merken, es ist einfach nichts für mich. Ja, das ist auf jeden Fall großartig. So kann man es auf jeden Fall machen. Also, das habe ich jetzt erfahren. Hast du mir das erzählt? Nee. Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat. Freunde haben es erzählt. Also, folgendes Szenario. Ah, das, als ich da auf der Hochzeit war in Grömitz, da wurde mir das erzählt. Und zwar folgendes. Der liebe, ach Peter, der liebe Freund Peter hat mir davon erzählt. So, jetzt habe ich es zusammen. Da waren sie, also die waren auch auf einer, man ist ja, wenn man auf einer Hochzeit ist, unterhält man sich ja auch über so andere Hochzeiten, wo man mal so war und so. Es ist das große Hochzeitsrating auch ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ich habe meine Liste already. Kann man sagen, es wurde gelästert? Nee, nee, überhaupt nicht. Also, bei der Hochzeit war es jetzt so die, also, die, super. Aber wir haben dann über eine andere Hochzeit gesprochen, wo die waren. Also, Peter und seine Frau waren dort und folgendes Szenario. Man hatte, man war dort eingeladen und das Pärchen hatte sich, hatte angekündigt, man wolle nach der Hochzeit, man hatte auch, beide hatten auch ihre Jobs gekündigt, mit dem Boot um die Welt segeln. Mhm, verstehe. Das hatte zur Konsequenz, also, das hatte zur Konsequenz, dass alle während der Hochzeit Geld oder irgendwelche Dinge maritim rund ums Segeln geschenkt haben. Folgendes war jetzt noch nicht eingetroffen, beide hatten jetzt noch keinen Segelschein und auch noch null Erfahrung bei dem Segeln. Das war jetzt erstmal eine sehr gute Idee. Genau, also das war sozusagen angekündigt, Jobs waren auch schon gekündigt. Dann fing man an mit dem Segelstein und merkte, nee, das ist ja überhaupt nicht unsers. Das hieß also, man war vorher wohl auch noch nie segeln. Okay, aber... Also, ich weiß nicht, aber... Ich bin ja auch schon manchmal so ein Ankündigungsweltmeister, ja? Du ja auch. Ja. Aber das ist einfach, that's too far, weißt du? Ja, vor allen Dingen, also ich habe mal angekündigt, ich laufe einen Marathon, wo man sagen kann, okay, ich habe zwei Beine, laufen kann ich. Das muss ich jetzt halt nur länger machen als sonst. Aber sowas wie, ich segel um die Welt, zu zweit in einem Segelboot, ohne Boot, ohne Segelführerschein und noch nie gesegelt. Kann man machen. Ja. Aber, weil es gibt auch das Szenario, also... Es ist ungefähr so, als würde ich jetzt einfach sagen, ich werde jetzt Pilot. Ja, ja, genau, Job gekündigt, Flugzeuge gekauft. Haben wir eine Boeing gekauft? Nee, oder nicht, weil du kündigst an, ich werde Pilot, sondern du kündigst an, du fliegst mit einem Flugzeug um die Welt. Ja, und alle spenden dafür wie bekloppt, ja. Vor allem, was haben die danach mit diesen ganzen maritimen Devotionalien gemacht? Ja, keine Ahnung, Bude eingeregtet. Der Keller, wirklich, der Keller liegt voll. Mit Seilen und so. Schuhe, Seile. Richtig viele Seile und so richtig viele Lappen, so professionelle Lappen. Ja, richtig, und dann auch so, das sind so diese Karten, wo dann so Knoten drauf sind und so ein Scheiß halt. Aber das, also deswegen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, dass ich, also ich nehme nochmal in Angriff, ich habe ja schon mal angefangen, einen Segelschein zu machen und dann ist mir das zeitlich alles irgendwie durch die Binsen gegangen. Aber das plane ich nochmal, ich werde nochmal angehen, also für 2024, das Projekt 2024, meine Agenda 2024, ist ein Bootsführerschein zu machen. Oh, das finde ich großartig. Ich bin sehr gespannt. Ich war schon segeln, mehrfach, ich war schon auf dem Boot, also ich bin großer Fan, ich will jetzt nicht um die Welt segeln, ich will einfach nur so ein bisschen rumschippern. Das möchte ich einfach nochmal machen. Und du weißt ja, Greta Thunberg hat ja jetzt in den letzten Tagen zum letzten Mal einen Schulstreik gemacht, weil sie hat ja damit angefangen irgendwann, also quasi ihre Bewegung. Greta, du bist 24, du kannst hier nicht in der Schule abhängen. Es wird merkwürdig. Sie sieht auf jeden Fall, oder man hat das Gefühl, sie müsste bedeutend älter sein, aber sie ist 20. Sie ist 20 und hat jetzt ihren Schulaufschluss gemacht. Deswegen ist jetzt auch endgültig das Ende von jeglichen Schulstreiks, also von ihr zumindest, gekommen. Und du weißt, sie ist ja auch immer mit dem Boot angereist. Und wer weiß, vielleicht legt sie auch das demnächst ad acta. Was ich eigentlich sagen wollte ist, du könntest jetzt der legitime Nachfolger werden von Greta Thunberg. Da sehe ich dich. So bekommt das Projekt 2024 vielleicht auch noch ein bisschen mehr Gravität. Ja, das könnte sein, ja. Mal so als Frage. Wie ist so das Lehrerkollegium an Greta Thunberg Schule? Manche sagen ja auch immer Thunberg, Greta Thunberg. Da sind die Leute, die Kata sagen. Genau, das ist so die Kategorie von Leuten, die es einfach zu korrekt machen wollen. Die dann aber auch aus irgendeinem Grund haben wir auch das Gefühl. Das könnten aber auch die Leute sein, die sagen, ich hole mir mal ein Segelboot und segle um die Welt. Ja, das könnte auch sein. Aber wie ist so das Lehrerkollegium an Greta Thunberg Schule? Sind die jetzt so, boah, das muss ja auch aufwendig für die gewesen sein. Sind die jetzt froh, dass sie weg ist? Oder sind die eher traurig? Ich würde behaupten, zwiegespalten. Ja, so ein bisschen so, endlich kehrt Ruhe ein. Wir können jetzt endlich wieder so ein bisschen hier chillen. Weil sonst bist du ja immer irgendwie total on edge. Weil ja alles sich so auf diese Person konzentriert an deiner Schule. Und du kannst jetzt mal nicht sagen, heute kommst du immer mit einem schweren Kater nach einer durchzeigten Nacht irgendwie in den Klassenraum. Und sagst, wir gucken heute einen Film. Draußen stehen 100 Reporter. Und du musst dann so, ja, finden wir toll. Gar kein Bock. Nichts auf dem Pausenhof, mal eine Fluppe von den Schülern schnorren. Geht alles nicht. Ja, also ich könnte mir vorstellen, es gibt bestimmt so einen Teil des Lehrerkollegiums. Nämlich alle die, die Fächer unterrichtet haben, die für das Wirken von Greta Thunberg so völlig unverfänglich sind. Weißt du? So Sport zum Beispiel. Ja, also Greta Thunbergs Bewegung hat wirklich sehr wenig mit Sport zu tun. Und da würde ich sagen, die waren total gechillt. Dann gab es aber andere Lehrer, wo die Fächer durchaus von Relevanz waren. Weißt du so, alles was so Biologie, Erdkunde, Geschichte. Dann insbesondere sowas wie Sozialkunde. Ja. Wie auch immer das halt da bei ihr in der Schule dann genau heißt. Hauswirtschaft. Hauswirtschaft. Hauswirtschaft, dann sowas wie BWL, Politik und so. Das gab es ja dann. Gab es das eigentlich an deiner Schule? Also Informatik gab es. Also BWL, ne BWL, ne. Gab es bei uns nämlich auch nicht. Braucht man auch nicht. Das zugrunde liegende Wirtschaftssystem, das muss man ja nicht verstehen. Also weißt du so, was alles steuert auf dieser Welt, aber BWL, ne lass das. Ist unwichtig. Brauchen wir nicht. Kauf lieber noch, weiß nicht, kauf lieber noch einen Schulrucksack. Und ich glaube, das was am nächsten an der Wirtschaftsrealität dran sein sollte, war das Fakt, was wir hatten. Ja, Erdkunde. Erdkunde, Oberstufe, Leistungskurs war schon so Schweinezucht, Infechter. Hallo. Ah, okay. Ja, bei uns gab es Sozialkunde. Aber da habt ihr doch immer, im Westerwald habt ihr nur in Sozialkunde immer nur Schädel vermessen, oder? Um zu schauen, hat sich da was getan in den letzten 250 Jahren. Wenig. So. Da war es halt so, da gab es so einen Lückentext und der hieß, jetzt wird's bunt. Also wegen Bund und Bundestag. Ah, Bundeswehr. Ja, jetzt wird's bunt. Ja, und das war ungefähr so die intellektuelle Flughöhe. Aber jetzt mal zurück zu Greta Thunberg. Ich glaube, die Lehrer, die haben es richtig gehasst und die sind jetzt einfach froh. Weil da war es wahrscheinlich genau, wie du gesagt hast, da waren wahrscheinlich permanent irgendwelche Fernsehteams. Da wurden 350 Tage im Jahr Reportagen gedreht über Greta Thunberg, wie ist ihre Schule, wie ist das Lehrerkollegium, wie sind die so drauf, was wird da so unterrichtet. Und die sind jetzt richtig froh. Ich glaube, da ist jetzt gerade erst mal zwei Wochen lang nur Vollsuff angesagt, oder? Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, die gehen richtig steil. Naja. Nee. Max, wir müssen mal ganz kurz hier, nachdem wir schon eine halbe Stunde aufnehmen und vielleicht sich die eine oder andere Person gefragt hat, wo bleibt eigentlich die politische Woche, was ist eigentlich mit Panorama, ist es hier eine endlose Servicezeit, wir wissen gar nicht, was hier abgeht. Da müssen wir vielleicht mal ganz kurz die Struktur der heutigen Sendung erklären, nämlich unsere Struktur ist, es gibt keine Struktur. Ja wirklich, heute ist strukturfreier Dienstag, wo wir aufnehmen, weil es ist ja Ferienzeit, das habe ich doch am Anfang gesagt, es ist Sommerzeit, es ist Ferienzeit, wir machen ja einfach so unser Ding, genau, es ist unsere Sommer Saison, die Summer Vibes Edition hier von Zeitgeist und Wunderlich, das ist einfach nur so hier richtig so Urlaubs-Vibes, wir quatschen so ein bisschen über das, was so da ist, ganz ohne Struktur, wie es gerade uns, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich hoffe, das ordnet das jetzt ein, für alle, die die ganze Zeit hören und sehr durcheinander waren, schon nicht mehr wussten, was los ist. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, heute ist der wievielte, der 13., ne? Ja. 13.6., vielleicht auch das nochmal zu einordnen, das hilft vielleicht auch. Ja, 2023. 2023, ja, hilft. Es kommt ja auch drauf an, weißt du, wann man das hört, kann ja jetzt auch sein, ne, jetzt hört man diese Folge erst in mehreren Wochen, nur damit man nochmal weiß, wie waren die Jungs so drauf, was war das zeitliche Setting. Genau, jetzt, wir sind auch noch eine Stunde voneinander getrennt, wie das geht, weiß ich auch noch nicht genau, also das ist ganz verrückt, also, ja, so sieht es aus. Aber wir schalten uns halt hier remote zusammen, das geht ja heutzutage alles, auch über zeitliche Grenzen hinweg. Ja, das ist interessant. Mein lieber Jan, ich habe jetzt nochmal so eine andere Frage, ich habe heute Morgen auch noch so einen Beitrag gesehen und da wollte ich dich mal kurz fragen, ob du weißt, was das Hildegard-Orgon-Akkumulator ist. Nee, also bei Hildegard denke ich ja höchstens an Hildegard Knef oder Hildegard von Bingen. Aber Hildegard-Orgon-Akkumulator sagte mir bis dato nichts. Aber wenn ich ehrlich bin, es klingt leicht sexuell. Ja, ist es aber nicht. Also der Orgon-Akkumulator, der Hildegard-Orgon-Akkumulator, den gibt es in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel aus Ahorn, den gibt es aus Buche Mahagoni, den gibt es aus Eiche Rustikal. Ja, aber bis hierhin kann ich noch nicht sagen, dass es kein Sextoy ist. Nee, genau. Okay, also ich lese mal vor und dann musst du mal erraten, was es vielleicht ist. Der Hildegard-Orgon-Akkumulator bietet Ihnen ein hohes Maß an Lebensenergie. Qi, Orgon, Prana. Es ist jene Lebensenergie, die all die Milliarden von Lebensfunktionen organisiert, die in unserem Körper ständig ablaufen. Ein Mangel an Orgon-Energie führt zu Stoffwechselstörungen in unserem Körper. Stoffwechselstörungen führen schließlich zu Krankheiten. Oh, okay, ja. Also es ist irgendwas, was die Verdauung anregt, weißt du? Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Also, der Preis für dieses Produkt liegt bei 1450 Euro. Wo ich sagen würde, stolzer Preis erstmal. Stolzer Preis, ja. Und zwar folgendes. Dieses Gerät ist dafür da, es ist sozusagen, es sieht aus wie ein Tablett. Auf diesem Tablett sind so komisch. Leins mit Koks. Nein, könnte man auch dafür nutzen. Dann hast du ganz orthogonenergetisches Koks. Und das ist ein Holzrahmen und in der Mitte ist so eine Art Bild mit so Sternen. Und da kannst du dann Dinge drauflegen und die werden dann entstört, sozusagen. Ah, okay, sowas. Hier, das Mittel gegen die Gefährliche. Also, und speziell kann man das einsetzen, zum Beispiel, wenn du im Supermarkt warst und Lebensmittel gekauft hast und die Verpackung hat einen Barcode. Ja, und jetzt habe ich auch schon erwähnt, wo wir sind. Wir sind in der Barcode-Verschwörung. Ja. Ah, okay. Nee, sorry. Aber das war mir nicht bewusst, dass es sowas gibt. Nee, mir auch nicht. Okay, wow. Also, und dann hier aus einem Beitrag, Spiegelverderer. Das Mittel gegen die gefährlichen Balken sei die Entstörung, glauben die Verschwörungstheoretiker. In Esoterik-Shops kann man spezielle Filzstifte kaufen, um die Barcodes durchzustreichen. Sie kosten rund 10 Euro. Oder man legt seine eingekauften Waren einfach auf einen Hildegard-Orgon-Akkumulator, ein mehr als 1000 Euro teures Tablett, das beim Entstören helfen soll. Alter, das ist ja unglaublich. Und gleichzeitig denke ich so, das ist ja auch ein richtiger Markt. Ja. Da will ich doch einsteigen. Also Stifte für 10 Euro, um Barcodes durchzustreichen, in meinem Online-Shop demnächst erhältlich. Ja, richtig. Da mache ich doch mit. Ja, also es gab 2016, gab es mal, also 2013 gab es mal so die ersten Beiträge vom Spiegel über die Barcode-Verschwörung und so. Und dann auch nochmal 2019 kam das Thema nochmal auf. Das war ja noch kurz vor Corona, aber scheinbar gab es da, also jetzt weißt du auch, also viele, glaube ich, viele von den Corona-Leugnern haben, glaube ich, so ein Hildegard-Orgon-Akkumulator zu Hause rumstehen. Also ich glaube ganz persönlich, das sind genau die Leute, genau, die dann Corona-Schwurbler geworden sind und die übrigens jetzt, ja, sich zuletzt in Erdingen eingefunden haben. Und da können wir jetzt vielleicht doch nochmal einen ganz kurzen Ausflug nehmen in die politische Woche. Ohne, dass wir wirklich in der politischen Woche sind. Denn, ich habe es schon quasi off-mic gesagt, diese Woche war echt relativ viel los. Unter anderem, ich glaube am Sonntag war es, gab es irgendwie so eine Kundgebung in Erdingen bei, das ist doch bei München irgendwo in der Nähe, oder? Ja. Weil da kommt doch auch her, das Erdingen, Herr Weißbier, ja, das ist sehr prachtvoll. Ja, richtig. Jedenfalls, dort aufgetreten, irgendeine Kabarettistin, die hat das Ganze auch veranstaltet. Ich glaube, Monika Gruber oder so, hast du den Namen jemals gehört? Ja, kenne ich. Monika Gruber, ja, kenne ich. Ich kannte die nicht, aber die war wohl mal eine Nummer oder ist eine Nummer, I don't know. Jedenfalls, die hat es mit veranstaltet. So, und dann sind da so Leute auch aufgetreten, unter anderem wie unser lieber Freund Aiwanger, der Aiwanger. Zuletzt bei uns in die Sendung geschafft hatte er es doch in seiner Ablehnung. Also sie ist Aktivistin, aber in welcher Form ist sie Aktivistin? Ja, Aktivist ist man ja heutzutage relativ schnell. Ich glaube, in der Gestalt, dass sie, und ich glaube, das hat dann auch die Leute dort hingebracht, ablehnend dem neuen Heizungsgesetz von Robert Habeck gegenübersteht. Und ich glaube, das hätte man auch einfach so als Überschrift wählen können für diese Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, wie es wirklich hieß, aber man hätte es auch einfach nennen können, wir hassen Robert Habeck. Ja, okay, ja, ja. Und das hat dann wirklich 13.000 Menschen mobilisiert, die dort hingekommen sind nach Erding. Und ja, dann gab es verschiedene Redner, unter anderem sie, unter anderem der Aiwanger und was weiß ich. Und ich glaube, da waren ganz viele von den Leuten, die auch den Hildegard-Dingensbummels-Akkumulator zu Hause hatten. Hildegard-Orgon-Akkumulator. Der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Übrigens, das ist jetzt schon der Sendungstitel. Ja, ja, natürlich. Das ist einfach großartig. Und wer aber dort auch aufgetreten ist, ist Markus Söder, weil er dachte so, hey, das ist doch genau die Crowd, die ihn unterstützt. Ja, ne, also ablehnende Haltung gegenüber den Grünen, ja. Und dann ist er auf die Bühne, aber es hat gar nicht gut funktioniert. Er wurde quasi von der Bühne gebrüllt. Es hieß nur, haut ab oder geh weg. Ja, geh weg, hieß es. Und was hat Markus Söder dann entgegnet? Weiß nicht, Schnauze halten. Schnauze sonst beulet. Ja, es ging in eine ähnliche Richtung, ne? Also er ist ja auch rhetorisch gewandt. Er hat gesagt, geh selber weg. Selber, selber lachen alle Kälber, ne? Genau, der hat einfach gesagt, sag mal Klettergerüst. Den Klassiker aus dem Kindergarten, das Hirnkastel einschalten, war auch eine der Dinge, die da gesagt wurden. Also, ja, also ich finde das auch gut, wie dann hier die, wie heißt sie nochmal, Monika Gruber, steht dann da auf der Demonstration, hat sich auch irgendwie, also war ja mal so Kabarettistin und so, die ist auch glaube ich immer so im ZDF und so aufgetreten und so. Also, finde ich gut, dass sie dich da jetzt so in so einem, ja eigentlich sehr, sehr unterhaltlich. Das ist dann quasi so die Größenordnung, die Anstalt und so, ne? Wahrscheinlich. Ja, das hat sie glaube ich schon, also da war sie schon so unterwegs. Und dann ist ihr scheinbar auch langweilig geworden und jetzt ist sie so ein bisschen in so einem rechten Narrativ unterwegs, waren ja auch viele AfD-Angehörige, waren ja auch da. Ja, also, ja, finde ich gut, auf jeden Fall, also muss man sagen, die hat auch die richtige Kurve gekriegt. Ei, 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 ei. Ja, aber steht dann da auch auf der Bühne, das finde ich ja toll, sie steht dann da auf der Bühne, kritisiert dann so allen möglichen Kram und macht das Ganze in so einem richtig 500-Euro-Gucci-Gürtel. Das finde ich klasse. Also das finde ich, also man kann jetzt tragen, was man will, aber irgendwie in dem Szenario so ein bisschen denkt man sich, hm, weiß ich nicht. Ja, aber du siehst, das wird nicht als Problem gesehen, es heißt dann zwar, die da oben, die leisten sich, was sie wollen, aber ganz egal, ne? Also Hauptsache, es geht dagegen, ne? Ja, da hatten auch so tolle Leute, also da waren auch so tolle Bilder dabei, also so Demonstrationsschilder, da werden ja Leute sehr kreativ, ne? Da gab es unter anderem, rettet unseren Mittelstand, jagt die Grünen aus dem Land, ja, ähm, warte, dann steht hier noch, ich muss ganz kurz näher ran, sonst kann ich es nicht lesen, äh, geht auf die Straße, sonst, ah, das kann ich nicht mehr lesen, sonst ist die BRD tot oder irgendwie sowas. Äh, und dann mein Highlight ist einfach so ein Typ, der hat ein Schild und uns, uns reicht es. Ich finde auch, das ist eine gute Kritik, so, uns reicht es. Die Person war einfach Julian Reichelt. Ja, Reichelt reicht. Wo wir immer noch davon ausgehen, dass seine Sendung so heißt. Aber hatte der eigentlich bei BILD TV immer so eine Sendung, die so hieß? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich glaube, sie heißt Achtung Reichelt und ich finde, das ist ein viel keilerer Name, weil der ja auch einfach vor diesem Mann schon, also, in seiner eigenen Sendung warnt er vor sich selber. Weißt du? Das wäre einfach auch ein guter Titel gewesen für ihn, zu Zeiten, als er noch BILD Chefredakteur war. Ja, ja, deswegen, also, ähm, aber, aber. Sein Late-Night-Format heißt auf jeden Fall noch Wach. Ja, genau. Ja. Und, okay, wir gehen mal weiter. Ja. Denn, äh, das war zum einen in Erding los und dann, ähm, relativ überraschend jedenfalls für mich. Ah, ich kann noch hier einmal, darf ich noch einmal korrigieren? Also, geht auf die Straße, sonst lebt ihr bald dort. Das ist der Spruch. Ah, okay. Ah, der ist hier noch mit, richtig mit Tiefgang. Das ist natürlich, das ist mit dem, das ist mit dem, mit dem Florett gefochten, kann man fast sagen, mit dem rhetorischen Florett unterwegs. Und, ja, und ich möchte noch ein, ein abschließendes Ding sagen, weil, also Monika Gruber, ähm, nur um das so einzuordnen, wo bewegt sich Monika Gruber hin? Ist es so eine einmalige Sache? Ähm, oder, oder ist sie also auch stramm, im strammen Stechschritt, ähm, unterwegs? Also, ähm, hier aus, das ist aus der, aus der Abendzeitung München, da steht Monika Gruber, Doppelpunkt, Demonstration auf der Theresienwiese mit 100.000 Menschen. Gruber macht bei ihrem Redenbeitrag auf der Bühne auch klar, wo der Weg hingehen soll. Wir haben eine Duftmarke gesetzt, das ist schon mal gut, ähm, und der Protest geht weiter. Das nächste Mal auf der Theresienwiese mit 100.000 Demonstranten. Und du weißt. Also, das klingt für mich, das klingt für mich rhetorisch, bringe ich nur ein Mühe entfernen von heute Deutschland und morgen die ganze Welt. Ja, ähm, du weißt, was in München passiert, immer, wenn da, wenn da Leute ein bisschen Größenwahn kriegen. Ähm, aber, ja, und du erinnerst dich auch dran an die Zeiten, als, äh, Attila Hildmann oder Xavier Naidoo, ich weiß nicht, wer von den beiden, ähm, dann auch gesagt, ja, hier, die Demonstration in Berlin, da waren 300.000 Menschen und irgendwelche Störsenden. haben ja, ähm, äh, haben dann ja so gesagt, nee, so Störsender, dann konnte man nicht sehen, wer da alles war, da gab's ja auch immer dann so, weißt du, so, da waren viel, viel mehr als die 300, die ihr gesehen habt. Da waren zwei Millionen Menschen kommen nach Berlin zur Demonstration und so, weißt du, so, da ist jetzt, ich sag mal so, also, es ist nicht bewiesen, aber ich sag mal, die Richtung ist für mich eindeutig. Da hat man vor lauter Barcodes, hat man hier die Teilnehmer nicht mehr gesehen, ne? Ja, wirklich. Halleluja. Ja, toll. Übrigens, um da mal kurz anzuschließen, ne? Ich hatte eben kurze Hoffnung, als du den Hildegard-Agon-Akkumulator vorgestellt hast, dass das auch ein Vehikel sein könnte, was beim Thema Verdauung hilft, ne? Bestimmt. Jetzt muss ich, jetzt muss ich kurz wieder zurückgehen zum Urlaubsthema, denn du kennst ja wahrscheinlich diesen Spruch, die Seele reißt langsam nach, ne? Also, der Körper ist schon vor Ort, die Seele reißt nach und ich muss dir jetzt nochmal die Erfahrung machen, die Verdauung reißt ja noch langsamer nach, ne? Ja, kommt drauf an, was man isst. Kommt drauf an, was man isst. Ja, ich weiß ja auch nicht, was es bei mir war. Manchmal isst man ja Sachen, da ist es oben noch nicht ganz drin, da kommt es unten schon wieder raus. Das gibt's auch. Oder es gibt auch den Fall, ja, wo es halt dann zu lange dauert scheinbar, ne? Und ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer zu sehr mit meiner Verdauung belästigen. Aber jetzt muss ich ja Folgendes feststellen. Max, du weißt es ja auch, ich bin ja ein sportiver Mensch, ja, ich geh laufen, ich geh ins Gym, ne? Unter anderem natürlich, um dann hier am Beach eine super Figur zu machen. Jetzt war es aber so, wie gesagt, die Verdauung, die wollte jetzt so gar nicht nachreißen. Heißt also, ich die ganze Zeit hier rumgelaufen mit so einer Art, ja, ich sag's wie es ist, Plauze, ne? Also, wirklich, es sah einfach so aus, als wäre ich irgendwie der ungeliebte Zwillingsbruder von Clemens Brock. Da war wirklich die Frage, wo will der Bierbauch mit dem Mann hin? Und so bin ich dann hier über den Strand gelaufen. Und der Verdacht lag nahe, also, er hat ja so nach dem Motto die Extremitäten eher dünn geraten, aber er hat wohl ein bisschen zu viel Erdinger Weißbier reingekippt. Anders konnte man sich den Bierbauch nicht erklären. Und jetzt wollte ich doch nur die Frage stellen, ist dir dieses Phänomen bei deinen vielen Auslandsreisen vielleicht auch schon mal begegnet? Oder ist das irgendwas, was ich jetzt hier exklusiv habe? Weißt du, wo ich das merke? Ich habe das bei Flugreisen. Bei Flugreisen, da ist bei mir dann immer hier gerne auch mal so Blähbauch angesagt, vom Fliegen kriege ich das. Ah ja, okay. Okay, tatsächlich, da ging es bei mir auch los. Aber das Phänomen ist durchaus auch nochmal aufgetreten. Ja, aber dadurch, dass ich da Sorge vor habe, habe ich mir ja schon so eine Grundwampe angefressen. Weißt du, so nach dem Motto, damit man es gar nicht mehr sieht. Damit man es gar nicht mehr sieht, weil das wäre mir auch unangenehm, dass man dann so denkt, so, oh, was hat der denn jetzt für einen Blähbauch, habe ich den einfach im Dauerzustand. Da stellt sich keiner Fragen, weißt du, da ist das nicht so. Bei dir wäre dann so der Fall, weißt du, wo auch erst im 8. Monat die Schwangerschaft auffällt. Ja, ja, genau, wenn das Kind da ist. Ach, huch. Ja, solche Fälle gibt es ja, habe ich gehört mal. Ja, habe ich auch gehört. Gibt es also, wo auf einmal merkt man dann, oh, da ist ja was in der Mache und zack, zwei Tage später, Baby da. So sieht es nämlich aus. Und wo wir gerade in München waren, mein lieber Jan, wollen wir nochmal zum Thema Rammstein sprechen? Ja, vielleicht können wir nochmal ganz kurz einen Punkt besprechen. Ja. Denn wir hatten ja in der letzten Woche, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob zu salopp, eigentlich nicht, aber wir hatten so zumindest einen Punkt so ein bisschen zu leicht abgetan aus meiner Sicht. Und zwar hatten wir gesagt, naja, man weiß ja schon, worauf man sich einlässt. Und da hat sich ja dann die Woche über doch einiges getan nochmal. Ja, denn da sind ja schon ein, zwei Videos auch zu Tage gefördert worden, unter anderem hier von, wer ist die, Kayla Scheiks, die relativ genau beschrieben hat, wie das wohl abgelaufen sein muss. Ja. Wenn man da eine von Tills Ladies oder Auserkorenen war, wie man da angeheuert wurde und dass man da irgendwo erstmal gesagt bekommen hat, okay, hier gibt es irgendwie eine coole Aftershowparty. Und auf einmal warst du dann in irgendeinem Raum zusammen mit fünf, sechs weiteren eingeschüchterten Mädels, alle irgendwie relativ jung und allen wurde dann gesagt, ja, zieh dir doch erstmal hier einen Drink rein. Und dann denen mehr oder weniger gewahr wurde irgendwann, ah, okay, hier geht es um irgendwelche sexuellen Handlungen, auch wenn man es gar nicht hat kommen sehen. Ja, und vielleicht die eine oder andere dann gedacht hat, ja, okay, jetzt gibt es hier irgendwie keinen Weg zurück und jetzt muss ich das scheinbar durchziehen. Also ganz schön perfide auf jeden Fall und auf jeden Fall deutlich krasser noch, als man es erwartet hätte. Ja, also zu dem Punkt, genau, also zu dem gleichen Punkt hatte ich, habe ich dann auch diese Woche nochmal nachgedacht und da kann man auch nochmal, also ich höre ab und zu viel der News hier mit Jule und Sascha Lobo. Und die haben jetzt zwei Folgen gemacht zu diesem ganzen, also MeToo-Debatte, Rammstein-Thema und so weiter. Sehr gut, kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Ich höre mir nicht alles davon an, weil das schon sehr privileged, so Berlin-Mitte-Vibes teilweise hat. Grundsätzlich aber, genau, das wollte ich auch nochmal klarstellen, dass das nicht so rüberkommt, als wenn wir hier Victim-Blaming betreiben mit dem, auf was man sich einlässt. Was mein Punkt an der Stelle ist, eigentlich war so, man muss, das war dieser Punkt, wo wir auch gesagt haben, ja, wenn man sich bestimmt anzieht oder wir haben das dann so verglichen mit, wenn ich halt irgendwie in einer sehr gefährlichen Stadt bin, packe ich halt nicht die Golduhr um, einfach nicht aus der Tatsache, also, auch wenn das nicht in Ordnung ist, muss ich mich halt davor schützen, dass es halt wirklich, ja, ekelhafte, fiese Männer auf dieser Welt gibt. Und wenn ich mich in so einem, also, dass man vielleicht vorher drüber nachdenkt, so muss man es vielleicht eigentlich sagen, zu sagen, okay, auf was, also vorher noch ein, zweimal überlegen, auch wenn ich irgendwie, und das hast du ja in der Musikindustrie und Filmindustrie, ist das nicht nur ein einmaliger Fall, der da jetzt gerade aufgerollt wird, sondern das hast du sehr häufig, dass man sich vorher überlegt, also will ich unbedingt zu so einer Veranstaltung, wo man irgendwie so angeheuert wird, irgendwie so als, und selbst, und das war auch ganz interessant bei dem Podcast von Feel the News, so wie der heißt, dass vielleicht dieses Anheuern und sagen so, hey, so scoring some chicks, das noch nicht mal unbedingt der verwerfliche Punkt ist. Ähm, sondern das, was danach kommt. Weißt du, weil du bist vielleicht prominent und gehst ja nicht raus und sagst, hallo, hier, ich will dich gerne daten oder so, ne, das machst du halt vielleicht nicht, sondern eben über diesen Weg. Das ist noch nicht mehr so, dass es verwerflich ist, sondern eher, was dann dann, genau was du beschreibst, was dann danach passiert. So dieses, dieses Angstszenario aufbauen, die Leute, äh, unter Drogen zu setzen, äh, im Zweifel, ne, ähm, und, und, und genau das, äh, wo man halt sagt, so, da überschreitest du halt eine Grenze und, äh, wie gesagt, und sich bewusst zu machen, und jetzt kamen ja gerade auch Statistiken raus, ähm, äh, das war ja auch relativ stark bei ARD und so überall thematisiert, irgendwie, dass für ein Drittel der deutschen Männer, äh, Gewalt an Frauen so okay sei. Und, und das war eigentlich der, der Punkt, dass man sich halt in, und, und wie gesagt, so schlimm es halt ist, dass man sich halt dann, ähm, einfach immer wieder bewusst machen muss, in welcher Welt man halt lebt. Und wenn halt immer noch der Fall ist, dass halt für ein Drittel der deutschen Männer okay ist, äh, Gewalt an Frauen zu verüben, muss man sich halt immer wieder überlegen, äh, und, und so beschissen das ist, so, in, was mach ich denn eigentlich? Und das war, also das kam vielleicht nicht hundertprozentig raus, aber, ähm, ja, auch das passierte in München, sagen wir mal, ne. Die waren ja in München, Tourauftakt, ähm, da gab's ja genug, die gesagt haben, ja, wieso, Rammstein, also, sehr eigenwillig, dass man, also, dass das so irgendwie durchgeht, aber, ja, ähm, ne, da gibt's halt genügend Leute, die immer noch sehr viel Geld mit dieser Band verdienen, wo man halt sagt, ähm, ja, wir ziehen durch, ne. Not so nice. Das, das kam ja, genau, und das kam ja auch raus, äh, durchaus bei dem Video von Kayla Scheichs, dass die gesagt hat, naja, sie hat das Ganze, weil ihr Zwischenfall da war ja schon irgendwie ein Jahr her, und sie hat das ja ihrem Management auch gefeedbackt und wollte das ja auch damals schon öffentlich machen, hatte irgendwie eine Story dazu gepostet, und von dem Management oder ihrem alten Management wurde dann gesagt, ey, nimm das offline, mit dem Tenor, mehr oder weniger, da ist ja auch schon klar allen, was da läuft, ja, oder da gibt's irgendwie diese Rumors, und, ähm, ja, äh, da wird aber nicht drüber geredet, das ist halt so, ja, ähm, und das finde ich schon relativ krass, wir haben das ja auch beim letzten Mal schon so leicht angedeutet, dass es ja vielen Leuten in diesem ganzen Umkreis da schon bewusst gewesen sein muss, was da abgeht, und ich glaub einfach nur, aus deren Sicht, for the greater good, ja, einfach nur, dass das System am Laufen bleibt, hat man's halt toleriert, und das ist halt irgendwie ganz schön geisteskrank, ja, und ich find's halt auch ziemlich verrückt, äh, dass die jetzt da weiterhin ihre Tour spielen, und man irgendwie ja schon ein bisschen so tut, als sei nix gewesen, bin mal gespannt, was daraus wird, und, ja, wenn ich irgendwie auf TikTok oder so Videos sehe von dieser Tour, dann sehe ich natürlich viele Leute, die darunter kommentieren, äh, was Till Lindemann für ein fucking Freak ist, aber ich sehe auch sehr viele, die schon auch da ihre, in Anführungszeichen, Solidarität mit der Band, äh, bekunden, und, und einfach sagen so, ja, ähm, ich find Rammstein super, weitermachen, lalala, ja, also, ähm, crazy auf jeden Fall, und, gut, ich würd sagen, Mäxchen, da sich hier, äh, unsere Aufnahme auch langsam der Stunde nähert, und, ja, äh, ich, äh, jetzt gleich auch die Fähre nehmen muss, wir machen noch einen kleinen Ausflug, ähm, und zwar Richtung Kulinarik, davor. Also, ich wollte, ich wollte noch ein, ein trauriges Thema auch noch erwähnen, wo wir gerade schon bei traurigen Themen sind, äh, unser großes Idol ist ja leider verstorben, ne? Ich, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade, äh, schwieriger Übergang, also, sehr, sehr, sehr schwieriger Übergang, weil, ich sag mal so, Silvio Berlusconi und sein Frauenbild, also, da ist man ja bei Rammstein, hab ich das Gefühl. Ja, ja, also, das, das meinte ich ja, also, äh, ich wollte gerade sagen, also, ähm, äh, natürlich, da ist, äh, wie gesagt, ein, ein Politiker, der natürlich, äh, Italien geprägt hat wie kein Zweiter in den, in der Nachkriegszeit, ähm, aber, ja, also, ich würde auch sagen, also, ähm, Frauenbild und auch so seine Gaddafi-Bunga-Bunga-Partys und so, ähm, ähm, also, ich würde sagen, der ist, äh, der ist in seinem, in seinem Frauenbild und in seiner Weltanschauung ist der vielleicht dem, was da bei Rammstein passiert, nicht sehr weit entfernt. Also, ich, seine Meinung dazu ist, wieso, was ist, wo ist hier das Problem? Haben wir immer schon so gemacht. Ja, ähm, vielleicht kurze Frage zu ihm. Aber das wollte ich nur so als Randnotiz mal erwähnen. Ja, kurz als Randnotiz, ich weiß gar nicht, hast du dich eigentlich mit seiner Vita jemals so richtig auseinandergesetzt? Vor allem so seinen, seinen Aufstieg? Ich hab das nie so ganz mitbekommen. Ich wusste, okay, er hat seine Milliarden gemacht, äh, mit Investitionen, beziehungsweise seinen Einstieg so im, beim Thema Privatfernsehen. Ja, genau. Aber wie er da eigentlich hingekommen ist, das weiß ich gar nicht. Ich hab nur jetzt mal so ein, zwei Stichpunkte gelesen, er war irgendwie mal Staubsaugerverkäufer, damit hat er angefangen. Er war irgendwie kurzzeitig auch mal Schlagersänger und dann ist er irgendwie zum Privatfernsehen gekommen und ist über die Tour Milliardär geworden. Aber wie genau, weiß ich auch nicht. Ja, dem haben doch dann die ganzen Fernsehsender gehört, oder? Ja, also Baubranche, ich sag mal so, der hat alles gemacht halt, ne? Der hat halt alles gemacht, mal irgendwie so da, mal so da, mal so da und hat dann irgendwann da ja beim Fernsehen, ähm, diese ganzen, war das nicht, diese ganzen, äh, ja, diese ganzen Rei, Rei Uno, ja, ja, genau und so war es alles, ähm, ja. Ja, okay. Aber wie er da hingekommen ist, das klären wir vielleicht bis nächste Woche. Das klären wir bis nächste Woche, ja. Max, apropos dahingekommen, du reist ja jetzt, äh, und da geht ja sozusagen hier die mediterrane Reise weiter. Ich bin jetzt noch, ähm, bis Ende der Woche in Griechenland unterwegs, für mich geht's ja weiter jetzt hier auf die Kykladischen Inseln, genau, also Naxos steht als nächstes an, du hast es ja schon gesagt, Thema Inselhopping. Für dich wiederum geht's nach Mallorca, ne? Das ist ja, wie du auch mittlerweile sagen würdest, die zweite Heimat geworden, du träumst auf Spanisch und, ähm, da ist ja jetzt aber auch ein Job vakant geworden dieser Tage. Der Top-Manager vom Megapark hat hingeworfen. Ja. Mitten in der Saison. Warum? Und ich weiß es nicht genau, was da die Hintergründe sind oder waren, aber, was ja natürlich der Fall ist, die Stelle ist vakant, man braucht einen guten Mann, man braucht jemanden mit Management-Skills, man braucht jemanden mit einer gewissen, ja, jemand, der Verantwortung übernehmen kann und will. Und wer fällt mir natürlich ein? Unser Mann, äh, Maximilian Konrad. Kannst du da nicht übernehmen? Ja, aber Jan, mir fehlt die Party-Expertise, die hast du natürlich, also ich würde es machen, aber nur im Tandem. Also du bist ja sozusagen schon Doppelspitze, ähm, ich, ich bin so für, ich mache hier so die unternehmerischen Sachen und du bist natürlich hier der Michael Ammer, du bist natürlich der, der Party-Fürst von Düsseldorf, ähm, so, und dann, und dann, wie geil wäre das, wenn wir dann einfach, also Megapark, ne? Megapark ist es, ich dachte auch Bierkönig erst, aber ist es nicht, sondern Megapark, gut, aber dann, sag ich mal so. Und wir, und wir, und wir übernehmen dann und dann bauen wir den Megapark halt in kürzester Zeit um, weißt du, in so einen, in so einen schickigen Micky-Laden. Nein, anders, du weißt ja, wo der Megapark ursprünglich herkommt, ne? Nee. Megapark war ganz am Anfang ein Parkhaus, also ein großes Parkhaus, wo die angefangen haben, ähm, einen Biergarten drumherum zu bauen, beziehungsweise irgendwie Partys zu veranstalten und ich habe es so mal verstanden, das habe ich nämlich gehört in diesem The Real Bierkönig Podcast, wirklich sehr, sehr zu empfehlen und da haben die darüber gesprochen und da sind wohl am Anfang, äh, immer irgendwie die Behörden aus Madrid gekommen und die hatten keine richtige Konzession dafür und immer, wenn die kamen, mussten die das schnell zurückbauen und alles wieder so aussehen lassen wie ein Parkhaus und wenn die weg waren, wurden da die Bierbänke wieder rausgeholt. So, und ich glaube, wenn wir beide, wenn wir beide da an der Macht wären, in Anführungszeichen, dann würden wir einfach wieder alles zurück auf Anfang. Ja, richtig großes Parkhaus. Ja, aber mit richtig teuren Stehplätzen, Dauerparking. Ja, richtig. Gut, also ich bitte dich, dass du da, dass du da schon mal Vorarbeit leistest und intervenierst, also in der Doppelspitze, ich nehme diesen Preis an, ja, also könnte ich es mir also sehr gut vorstellen, bitte da schon mal vorfühlen und ich würde fast sagen, damit rappen wir es einmal ab, die Kulinarik verschieben wir einfach in die nächste Woche, wenn du auch aus Mallorca zu berichten weißt und vielleicht haben wir ja den Kontrakt dann schon vorliegen, es würde mich jedenfalls sehr freuen. Ja, die Frage ist, also Jan, wir können uns auch hocharbeiten, also ich habe jetzt gerade geguckt, also die Stelle, also ich war auf der Seite vom Megapark, unter Jobs, da ist jetzt nichts ausgeschrieben, dass man da den Laden übernimmt. Ja, das stimmt, aber das ist so eine klassische Headhunting-Stelle, das wird nicht ausgeschrieben, das wird vermittelt. Okay, okay, das wird vermittelt, alles klar, also was wir jetzt auch noch machen können, wir könnten uns jetzt als entweder Promoter, Kellner oder im Social Media Team bewerben, ich würde sagen, also Promoter wäre für mich so eher ein Ding, ich habe den Körper dafür und ich sehe bei mir Social Media. Und du bei dir Social Media, du hast die Social Media Skills und dann können wir uns ja auch dann da langsam hocharbeiten. Ja, würde ich sagen, so machen wir es und ja, ich schreibe dann einfach über Social Media, schreibe ich dann irgendwelche Stars an, die dann dort auch einfach, ja, also ohne das Booking-Team zu involvieren, einfach auf der Matte stehen und dann heißt es, ich soll doch heute Abend hier auftreten, der Booker sagt, ich weiß von nichts und dann wird einmal die Social Media Nachricht vorgezeigt und so wird ein Schuh draus. Finde ich gut. Also ich übernehme, ich unterwandere das System. Ja, und ich wollte jetzt, also ich habe gesehen auch, also der Megapark hat auch ein eigenes Restaurant, das Don Quixote oder Don Quixote und da wollte ich immer schon mal. Ein kleiner literarischer, kleiner literarischer Wortwitz am Ende, ja. Im Don Quixote werden wir beide zu Sancho Panza. Mein lieber Max, ich muss jetzt an der Stelle leider uprappen. Ich gehe jetzt da essen, ich fahre heute Abend da hin, ich gehe im Don Quixote, gehe ich essen, gönn mir dann eine leckere Caspacho im Megapark, also das wollte ich immer schon mal machen. Jan, mach es gut, reist vorsichtig, schöne Grüße nächste Woche, wir beide aus dem Ausland, die komplett mediterrane Folge, heute Hildegard, Orgon-Akkumulator. Also, mach es gut. In diesem Sinne, hau rein, ciao, ciao. Ciao. Ciao.